Was ist denn das hier für ein Lager? Meinst du mich? Bist du doof? Was willst du von mir? Hallo? Tagebuch. Tagebuch, bitte. Bringe Meridias Stern zum Berg Kilkarett. Wo soll der denn sein? Statue... Ach, habe ich ja schon gesehen. Statue für Meridia. Okay. Da wollten wir aber nicht hin. Aber ich muss meine Felsenhackse jetzt mal loswerden. Definitiv. Es könnte sonst bald tödlich enden. Enden. Jägers Ruhe entdeckt. Wildbret. Guten Tag. Jemand hier? Jäger. Hm. Kann ich denn was kochen hier? Am Bratspieß. Gekochter Wels. Und noch was? Kein Nickelcoiler. Lachsbraten. 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 Wildbret-Kotelett. Wildbret-Kotelett. Oh. Gut. Damit kann ich auch was essen wieder. Essen. Na? Boah. Fast. Fast. Fast perfekt. Ich höre doch hier irgendwelche Skelette oder so rumeiern. Oh. Da? Wo muss ich denn hin? Äh. Verkehrte Richtung. Wächtersteine, Fürstinnensteine. Äh. Da ist der Anführer. Das könnte ich versuchen noch. So ein bisschen jedenfalls. Wäre die Richtung. Äh. Ja. Lauf. Lauf vor ist. Lauf. Worte ich. Worte ich. Kleiner Orbit. Und er schnauft. Und schnauft. Und ist wie einer. Was sollte das der bitte? Wo bist du? Nö. Oh oh. Oh. Mir fehlt da ein Wort ein, das ich jetzt gerade nicht nennen möchte. Hier. Äh. Irgendwo. Vor allem muss ich diese komische Krankheit loswerden. Die ich da jetzt wieder gesammelt habe. Ich habe aber auch das Glück, dass ich immer diesen Schrott sammle. Ja. Nee. Okay. Lauf mal ein bisschen schneller weg. Hä? Ja. Hallo Spini. Ich habe doch auch noch Zauber. Ah. Spezielle. Zerstörung. Eistache. Ah. Na komm. Ja. Wo ist die Spinne denn jetzt? Feige Spinne hier. Äh. Wo muss ich denn lang? Einmal hier so rum. Ach, Kerl. Alles Chlor. Alles Chlor. Hier ist nochmal eine Höhle. Ich staue nicht. Hä? Danke, Skelett. Wo auch immer du herkommst. Ui. Der Zauber ist echt nicht schlecht, du. Was ist denn das hier für ein Lager? Meinst du mich? Bist du doof? Was willst du von mir? Ha. Hab ich euch. Ihr könnt euch von mir nicht verstecken. Ah. Ihr habt gewonnen. Ich ergeben. Wer habt ihr nicht drauf? Doch. Weißt du. Ich hab dir nichts getan. Und was ist? Blöde Kuh. Zweimal Bärenpelz. Wirst du einfach angegriffen. Ja. Ist toll. Tschüss. Weißt du. Bin ich ein einfacher Nachtwanderer? Was passiert? So eine doofe Truller. Meint einfach. Ist mir egal jetzt. Bettfremd hier. Wackelwürmchen. Hm. Ich hab mal ein bisschen was für meine Rezepte hier. So. Wo langt jetzt? Eigentlich. Fast geradeaus. Mitten in der Nacht wirst du einfach angegriffen von so einer doofen Jägerin. Obwohl du nichts gemacht hast. Ach mein Charakter ist schon wieder so erschöpft. Ist jetzt nicht so schön. Hat ja auch nicht mehr so viel Mana. Mana, Mana. Ernsthaft? Huch. Das ist meine Nemesis hier. Hilfe. Bleibt nie wieder tot. Jetzt. Aua. Na komm. Na komm. Vor allem das. zieht Ausdauer ab. Das ist mein neuer Lieblingssauer. In Verbindung mit Feuer. Warte mal. Gab es da auch nicht noch einen Feuerball? Ich brauche mehr Mana, echt. Meine Mana regeneriert sich gerade so gut wie gar nicht, ey. Kann nicht wahr sein. Ja, ja. Ich weiß, der Stufenaufstieg ist möglich. Kriege ich das hier rüber hin? Ich weiß nicht mehr. Schnell speichern? Ich weiß nicht mehr. Bin ich mir nicht sicher. Aua. Lauf. Ich hab cerebral에요. Lauf, 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 lauf. lauf mal ein bisschen schneller da läuft die mieze katze ja mein erstes hebelt war ein tiger schnell speichern jetzt meine güte zutaten der hat irgendwie so ein auge war das denn bärenklaue hängemoos naja hängemoos lavendel mondfalter wo ist denn das da ausdauer wieder herstellen wo ist denn jetzt mein baum aller störung ein stacher ost bis und vorher alles klar was wo wo ich hab's doch heulen hören ich schätze die luft des rhein es war der klassische kopfschuss jetzt muss ich mich erst mal wieder heilen was ist denn das hier für eine zauber sache hier zerstörung dem musik mauten favoriten legen der ist nämlich nicht schlecht so jemand muss mir helfen nach zum große freund ich freue mich über jeden fröhlichen gesellen der diesen herrlichen tag genießt ja ihr seht aber müde aus kommt teilen wir uns doch eine flasche honigbräu mit honigbräu mit lieblichen honigbräu mit noch nie probiert dabei ist er doch der beste meet außerhalb von sowengarde er ist so süß wie der kuss einer holden jungfer in sternenheller nacht und er ist so stark dass er selbst einen frost troll auf den allerwertesten fallen lässt aber genug geredet kommt wollt ihr nicht mit mir und meinen gefährten trinken irgendwie nicht ich weiß ich würde euch gerne zu einem getränk einlegen nun ja die stimmung zu heben mögen eure abenteuer euch rum und reichtum bringen na schauen wir mal was jetzt kommt essen honigbräu mit ok ok war jetzt ohne negative effekte war ja meine freunde die banditen wo sind die denn angriff von oben macht schon fast sind aber wisst ihr was wie wir das weitermachen das machen wir beim nächsten mal ab euch lieb bei bei war schön mit euch tschüss k k k k